moin freunde es ist wieder soweit der neue content der neue raid steht vor der tür und damit gibt es auch wieder neue raid guides von mir für euch so dass ich damit jetzt auch langsam mal starten möchte bevor es dann in rund zwei wochen auch endlich wirklich los geht und ihr ja davor schon so gut prepared zeit wie nur möglich es wird natürlich wie immer raid guides geben mit bewegten video material normal hc ich werde ab sofort täglich um 0 uhr pünktlich jeden tag einen neuen raid guide veröffentlichen habe mir dieses mal aber ein bisschen was besonderes ausgedacht denn wie ich werde diesmal die raid guides reverse veröffentlichen sprich wir starten mit dem endboss und der letzte guide der dann veröffentlicht wird wird der boss oder mit der guide vom ersten boss sein mal gucken wie das so ankommt wie das sich so auf die viewer zahlen auswirkt ist einfach mal so ein experiment was ich hiermit starten möchte ja wir wissen natürlich dass man den endboss naturgemäß nicht auf den testservern vorher testen kann das heißt also dieser erste guide den wir jetzt heute machen wird er so eine analyse sein von dem schlachtzugs browser wo man die ganzen fähigkeiten herauslesen kann in kombination hier mit einer vielzahl an grafiken sich erstellt habe auf red plan da sind nämlich schon die ganzen kampfplattform hinterlegt und ich meine aber dass man diesen boss relativ gut analysieren kann und ich denke von dem was ich euch gleich erzählen werde gar nicht mehr gut vorstellen dass davon rund rund 90 prozent der kampf genauso stattfinden wird wie ich mir das ganze an der stelle denke von daher lasst uns ja nicht weiter mit dem vorgeplänkel beschäftigen sondern manche jetzt in den konkreten red guide eingehen natürlich gibt es auch diesmal wieder ein sheet ich habe schon zu allen bossen hier entsprechend sachen aufgeschrieben so dass er zu den videos parallel auch immer noch schriftlich etwas durchlesen könnt der sheet wird auch hiermit heute dann mit dem video offiziell veröffentlicht und da auch schon mal dann wie immer der aufruf dann gerne geteilt werden und gut euch frei wenn ihr irgendwelche anmerkungen oder fragen irgendwelchen punkten habt jetzt aber zurück hier zu unserer analyse vorschau auf an zurück den end boss so was kann man hier lang an erfahrungen aus den ganzen quellen heraus ziehen der kampf besteht aus drei phasen und einer zwischenphase von phase 1 zu phase 2 dann weiß man dass der kampf auf mehreren ebenen schrägstrich kampfplattform stattfindet das sieht man auch hier schon also das wird der boss raum sein man sieht hier verschiedene plattformen die herumhängen hier sind in der ecke sind sogar welche hier oben ist und plattform mit zum loch in der mitte ja wo natürlich jetzt der kampf startet bzw wo wir genau kämpfen während der ganzen phasen also das kann man jetzt natürlich wirklich nicht irgendwo herauslesen das ist jetzt also komplett random ob wir jetzt hier oben starten und uns nach unten durcharbeiten oder umgekehrt ob wir irgendwie zwischendurch und her hüpfen ich weiß es nicht das ist wirklich alles noch offen aber ja so sieht das ganze auf jeden fall aus und da werden wir uns dann mit dem end boss befassen müssen ansonsten gucken wir uns mal jetzt die phase 1 an was passiert aus meiner sicht in phase 1 war sein es ist ja relativ klar beschrieben relativ selbsterklärend nach meinen dafürhalten da sieht es folgendermaßen aus also die erste mechanik ist dass der boss zufällige spieler mit debuffs belegt diese spieler explodieren nach ablauf in einem gewissen radius da sollte man sich also isoliert hinstellen und zudem bleibt an der jeweiligen position hier so eine pfütze liegen habe ich hier mal so eingezeichnet bei kontakt mit dieser pfütze oder wolke besser gesagt wird eine explosion in einem kleinen radius noch mal ausgelöst also sowie auch während des momentes wo der debuff abläuft zudem wird der spieler der diese wolke triggert in die luft geschleudert und mit einem weiteren neuen chance debuff belegt gleichzeitig reiten sich an dieser stelle dann so giftwellen aus da muss man dann entsprechend ausweichen da darf man dann keinen kontakt mit haben und ja wie gesagt an der stelle wo diese wolke getriggert wird bleibt dann so eine dauerhafte pfütze liegen wie muss es nun sein die wolken nach und nach zu entfernen das heißt also wenn der debuff oder die debuff spieler diese wolken die abgelegt haben dann müssen wir auch da rein laufen und diese entfernen wer das machen kann wer das machen muss kann man jetzt noch schlecht sagen weil ich jetzt schlecht prognostizieren kann wie viel schaden das triggern verursachen wird ob man da möglicherweise spieler braucht die mit immunities da reingehen ob es reicht wenn man einen starken dev cd zieht und diese wolke triggert ob das der tank machen muss obwohl das wäre das letzteres wäre glaube ich schon eher markiert ist es in dem sinne nicht von daher gehe ich mal davon aus dass man da auf jeden fall dann spiele einteilen kann fraglich ist natürlich auch wie hoch dieses schleudern in die luft geht weil man dann natürlich auch fallschaden kassiert das heißt also spontan würde ich sagen müssen das klassen machen wie mages oder warlocks die sich wieder nach unten teleportieren können wenn sie so eine wolke getriggert haben also das sind so meine ersten gedanken dazu welche spieler und welche klassen das an der stelle entsprechend machen können oder sollen nach der fantasie von blizzard müssen wir dann mal schauen also fakt ist aber ihr werdet in die luft geschleudert und eine flütze berg liegen und gefällen breiten sich aus ja wie gerade schon mal gesagt die wolken muss man dann nach und nach entfernen weil der boss regelmäßig eine toxin nova kaste sieht man hier dieser große grüne kreis der sich von vom boss aus nach außen hin ausbreitet wie so eine klassische nova halt und ja das durchqueren der nova verursacht natürlich schaden stichwort raser geld nicht auf der welle surfen genauso wie das hier nämlich auch sein weil diese nova wird euch mitziehen und solange ihr euch im effektbereich von dieser nova aufhaltet erleitet ihr kontinuierlich hohen schaden deswegen müsst ihr so zusehen dass er diese nova selbst schnellstmöglich durch quert um halt wie gesagt diesen schaden zu vermeiden ich verweise wie gesagt noch mal an dieser stelle auf raser geld erste phase da hatten wir das ja auch wenn ihr euch richtig zurück erinnert und der letzten phase auch sogar wenn ich gerade noch mal nachdenke war ja mal kurzem erst auf feldet aktiv von daher ist das noch relativ frisch vielleicht möglicherweise bei der ein oder anderen person von euch ja das ist die nova und wie gesagt wir müssen halt diese gift wolken vorher beseitigen weil wenn diese nova mit den gift wolken in kontakt gerät werden die wolken beseitigt die werden dann explodieren was an allen spielern neben den hohen initial schaden einsteckbaren schadens debuff hinterlässt das heißt also der effekt so verstehe ich dass der sonst nur auf den einen spieler geht der hier triggert der wird dupliziert auf einmal auf den ganzen red gewirkt und das möchte man natürlich auf jeden fall vermeiden deswegen die kernmechanik in p1 und da lege ich mich relativ weit aus dem fenster oder schon fest so sein wird dass man wie gesagt dafür sorgen muss diese wolken von den debuffs vorher zu beseitigen bevor diese topsteen nova da durchgeht und ja ich habe sie aufgeschrieben boom diese zonen diese wolken zum explodieren bringt also das ist so die die kernmechanik aus meiner sicht in phase 1 des weiteren werden alle spieler regelmäßig mit spinnen wehen gerutet die roots müssen zerstört werden da jede sekunde schaden und man darf bei diesen roots auch nicht zusammen stehen weil das innerhalb von zwei metern um den einschlags ort herum spreadet auch da ein boss den wir erst in der letzten erweiterung hatten tindral lässt grüßen ich verstehe diese mechanik so dass im endeffekt 1 zu 1 das gleiche ist wie diese wurzeln die wir dort bei tindral damals oder vor kurzem vor einem halben jahr hatten ja ansonsten gibt es dann noch zwei tankmechaniken in phase 1 die erste technik ist so dass er ja mit dem die war belegt wird und bei ablauf entsteht hier so eine große säurepfütze weshalb man den boss nach meiner prediction wahrscheinlich irgendwo am rand denken muss um dann ja den tank der gerade mit diesem belegt wird dass er dann rauslaufen kann und irgendwo am rand diese pfütze dann ablegen kann wo sie halt die gruppe nicht stört da sollte man wie gesagt auf jeden fall rauslaufen und die pfütze dann entsprechend clever ablegen und die zweite mechanik ist ein klassischer körperlicher angriff auf den aktuellen tank der noch hinterlässt und ja ich gehe davon aus dass es immer so sein wird während der eine boss der eine der eine tank diese mechanik raustragen muss wird sich der andere tank diesen schlag abholen danach wird getauscht und dann immer im wechselspiel ja last but not least gibt es auch noch dann zwei standard fähigkeiten einmal so einen regelmäßigen rate der noch zusätzlich weggehalten werden muss je nachdem wie stark das ist werden da natürlich auch dann die kohle und ein kalkuliert werden müssen und die letzte normale standard fähigkeit in p1 ist der boss verschießt so geschosse denen man ausweichen muss wenn man sich davon treffen lassen würde man schaden und wird um 95 prozent geslowt was natürlich fatal wäre in kombination wenn gerade hier diese toxi nova durch die kampf arena durch schießt das ist alles was es zu p1 in dem sinne auch zu sagen gilt aus meiner sicht relativ selbsterklärend und lässt sich auch gut anhand der fähigkeiten im schlachtwuchs browser nachlesen von daher wie gesagt eingangs gehe ich davon aus dass das so zu 90 prozent wahrscheinlich passen wird kommen wir als zweites zur zwischenphase zu untermischen in der zwischenphase ist es so dass der boss sich in ein netz einhüllt welches schaden absorbiert diese schild müssen wir natürlich weg nuken vergleich auch da ein letzter boss den wir bekämpft haben für in seiner intermission währenddessen erleiden wir natürlich alle pro sekunde schaden und werden mit einem stackbaren debuff belegt welcher uns der pro stack um fünf prozent verlangsamt natürlich wird der schaden auch immer höher und ja letzteres mit diesem verlangsamen hat insofern relevanz als dass der boss versucht uns regelmäßig an sich heranzuziehen deswegen habe ich hier so diese pfeile aufgemalt und würde er das schaffen beziehungsweise uns hier in diese todeszone 20 meter im radius um sich herum reinziehen würde man instant sterben und wie gesagt da natürlich dieser lieber weiter hochstecken werden wir mit laufe mit weit mit fortlaufender zeit in der der mission immer langsamer immer langsamer immer langsamer und irgendwann wenn wir das schild nicht vorher weg nuken würden wir alle reingezogen werden weil wir nicht mehr aufgrund der verlangsamung entgegen laufen können das ist also dieses grundprinzip in dieser intermission zudem schießt der boss nicht gift werden durch die gegend das muss sich noch ändern sondern so fäden die habe ich hier mal so eingezeichnet und da verstehe ich es so dass wenn man mit diesen fäden in kontakt kommt man schaden erleidet und ja da muss man sich dann also auch entsprechend von weg positionieren und nicht noch extra zusätzlichen schaden zu bekommen also wie gesagt der boss so ist es beschrieben hüllt sich in so ein spinnen netz ein und da macht es natürlich auch sinn wenn von diesem spinnen netz von außen so fäden entsprechend durch die kampf renner gezogen werden da muss man dann vorher wahrscheinlich bisschen verteilt stehen und ja um halt den kontakt damit zu vermeiden das ist letztendlich dann die intermission eigentlich auch relativ selbst erklären wie gesagt bei diesen fäden wie das dann optisch und grafisch aussehen wird weiß ich jetzt nicht jetzt wie gesagt rein spekulativ an der stelle aber fakt ist der boss wird uns regelmäßig ran ziehen und das müssen wir auf jeden fall vermeiden gucken wir uns als nächstes dann also die p2 an wenn wir das absorb spielt in der intermission gebrochen haben in p2 ist es dann so beschrieben dass sich der boss offenbar auf eine andere plattform zurückzieht habe ich mal hier oben so eingezeichnet der boss wird also nicht mit uns auf der kampfplattform kämpfen so deute ich dass in welcher wir uns in p2 aufhalten gleichwohl ist der boss wohl auf der anderen plattform von rand ist dann offensichtlich weiterhin angreifbar sofern wir da zeit zu haben jedenfalls verschießt der boss während dieser zeit zu random balls auch zufällige spieler das ist einfach schaden der weggehalten werden muss dann ist in der tat eine mechanik die ich mir nicht so ganz ausmalen kann denn das steht irgendwie drinnen dass der boss zufällige spieler einfach an sich heran zieht was schaden verursacht wo ich mir dann frage wie zieht er sie denn an sich heran zieht er sie auf die plattform zu sich rüber zieht er sie nur so richtung rand um sie zu versuchen von unserer aktuellen plattform hier runter zu kicken weiß ich nicht muss man dann mal schauen letzteres scheint mir wie gesagt am plausibelsten denn wenn wie gesagt der boss auf einer anderen kampfplattform sich in dieser phase befindet wird vielleicht sinn machen wenn er hier so spinnenfäden aus spieler los schießt und wenn die spieler natürlich vorher markiert werden und wissen dass die fähigkeit kommt können sich die spieler ja auch jetzt in meinem beispiel hier schon weiter in den raum rein bewegen dass dieser spinnenfahren einfach eine weitere zielrichtung hat also so kann ich mir das vorstellen ansonsten müssen wir da mal abwarten wie diese fähigkeit gemeint ist wobei stehen geblieben genau bei den boss fähigkeiten genau zudem macht sie als dritte fähigkeit in dieser phase mal ein regelmäßiges ultimate also ein red aoe sowie auch schon in der ersten phase da ändert sich also nix da muss man dann auch wie gesagt noch mal gucken mit welcher intensität dieser aoe auf die gruppe ein wirkt und ja die hauptmechanik in p2 ist vielmehr es erscheinen eine vielzahl an ex in der kampf arena und dementsprechend liegt der fokus darauf diese ex in p2 zu besiegen um dann den boss möglicherweise nach dem tod des letzten bosses eines letzten ex wieder in die kampf arena über den kampf generell zurückzubekommen ja die ads das sind relativ viele 12345 stück am relevantesten sind dabei ja gut eigentlich sind alle relevant aber relevant insofern erstmal als dass die lehren sprecher die kammerwächter und die kammer ausweiter eine interessante mechanik haben die kann ich hier mal zeigen das ist nämlich die wieder heilende verbindung da steht wortwörtlich drin eine dunkle verbindung besteht zwischen dem zaubernden und anderen seiner art so dass 100 prozent des erlittenen schadens auf die anderen nachhallen jetzt kommt das entscheidende wenn sie sich nah beieinander befinden entsteht eine resonanz zwischen diesen kreaturen wird diese immun gegen jeglichen schaden werden und mit schaden produzieren jeder schaden erhöht jeder schaden erhöht sich bei jedem folgenden puls um 100 prozent wie gesagt diese fähigkeit haben einmal die lehren lehren sprecher die kammerwächter und die kammer austreiber drei verschiedene jetzt habe ich aufgezeichnet weswegen man die erstmal prinzipiell auseinander tanken muss gleichzeitig verstehe ich die mechanik aber auch so dass die ja miteinander die gleiche die gleiche art der apps sich ihre hp teilen das heißt also die am 1 hp pool theoretisch müssen wir nur ein fokus und dann würde der andere auf der anderen seite hier auch den gleichen schaden erleiden also verstehe ich zumindest die beschreibung die ich gerade vorgelesen habe gucken wir uns einmal an nachdem wir diese apps auseinander gezogen haben was sie im einzelnen können einmal der lehren sprecher das ist so ein caster der muss auf jeden fall immer gekickt werden zudem wirkt er in 45 meter radius alle drei sekunden schaden das heißt also da kommt auch kontinuierlich dann gruppen schaden rein ich meine wir müssen ja dann in diesem 45 meter radio stehen um halt schaden auf ihn machen zu können gibt ja auch bei ranges keine spells die weiter entfernt schaden machen können als 45 meter das gibt es halt nicht von daher ist das einfach ganz normaler random schaden an der stelle so zudem bei tod von diesem ad wird eine große explosion gewirkt auch in dem 45 meter radios da müssen dann also nur aus diesem radios diese die milis in dem fall auslaufen wenn sie dann nicht gerade mit einem unity stehen bleiben können weil diese explosion die wird unter umständen tödlich sein macht zudem knockback das heißt also auch da alle spieler so hinstellen dass sie nicht hier von der plattform runter fliegen insbesondere ranges oder so und wenn die die explosion kommt und die hinten steht in range wird natürlich runtergekickt das heißt also da auch bitte dann trotzdem weiterhin möglichst mittig positionieren sollte auch selbsterklärend und klar sein zudem bleibt an der stelle dann auch eine entsprechende pfütze liegen wenn der boss wenn das wenn das ad an der stelle tot ist ja wie gesagt langrede kurzer sind zusammengefasst wir brauchen eine kick rotation auf den natürlich nicht nur durch caster sondern auch millis weil die auch daran stehen können das ad sollte man dann vielleicht kurz vor dem tod mir noch überlegt an den rand ziehen um halt je nachdem wie groß die pfütze später wird die kampf arena möglichst clean zu halten und ja aus explosions radios auf jeden fall rauslaufen um nicht von der plattform gestoßen werden und um hat auch den explot schaden nicht zu erhalten also das ist das was man zu diesem leeren sprecher wissen muss ansonsten gibt es dann noch den kammerwächter das ist so ein milli der muss einfach von den tanks eingesammelt werden der macht hohen physischen schaden und auch knockback zwischendurch das also das heißt also auch da der tank bitte so positionieren dass er auch nicht zu nahm ran steht und dann von dem knockback von der plattform hier gewählt wird und ja wie ich eben schon mal sagte wie auch die caster dürfen diese beiden kammerwächter ich denke mal als spawn 2 alles andere würde keinen sinn ergeben nicht nah beieinander stehen weil es ansonsten wie gesagt weil die sonst immun werden und halt mit schaden pulsieren ja und dann gibt es noch eine zweite art von caster einmal die kammer austreiber da steht drin dass sie sich random hin und her teleportieren und dabei so strahlen durch die gegend schießen das heißt also da frage ich mich ob man die überhaupt denken kann muss man mal gucken auf jeden fall machen die teleports wo ich mich dann auch wiederum frage okay die haben diese fähigkeit dass sie nicht zu nah beieinander stehen dürfen das heißt also da werden auch auf jeden fall zwei aktiv sein wie ist es denn dann wenn die sich beide hier gleichzeitig in die mitte teleportieren und dann in diesem radius drin stehen kann das passieren darf das nicht passieren müssen wir deswegen dieses schnell umfokussen um dieses szenario zu vermeiden ist offen an der stelle müssen wir uns anschauen da kann ich mir jetzt auch als eine von den wenigen fähigkeiten kein bild von machen wie das letztendlich in der praxis dann später aussehen wird fakt ist die teleportieren sich hin und her und ja haben als effekte den wir ausweichen müssen last but not least gibt es ein anbeter das ist der heiler da glaube ich dass da immer nur einer von sparen wird weil dieses hat wenn das da ist wird absolute priorität haben was macht der heiler zum einen ist der heiler zunächst mit einem schadens debuff oder quatsch wirkt schadens debuffs auf zufällige spieler diesen debuff muss man dann disbellen das verursacht ansonsten natürlich mit ablauf schaden an allen spielern bedeutet also wenn mehrere spieler mit diesem debuff belegt werden sollte man die auf gar keinen fall gleichzeitig auslaufen lassen weil wenn sie gleichzeitig auslaufen bekommen natürlich alle werden natürlich alle explosionen von dem debuff gleichzeitig getriggert deswegen gehe ich mal davon aus dass das je nach gruppengröße immer so 23 spieler sind die man dann nach und nach er weg disbellen muss also disbell gruppenschaden kommt hoch heilen disbell gruppenschaden kommt und so weiter und so fort das spiel muss man dann wiederholen bevor halt der letzte die barf ausläuft und parallel mit einem anderen hoch geht das ist also die erste fähigkeit die diese anbeter macht ansonsten wir er ja als heiler so ein schadens absorb debuff schild auf sich was auch dem boss während dieser zeit vor jeglichen schaden schützt das heißt also irgendwie müssen wir während dieser phase noch offen was irgendwie schaden bekommen weil sonst würde es ja keinen sinn machen dass auch der der boss in der phase von diesem et hier so ein absorb schild bekommt das heißt also lange kurzer sinn sobald das ding da ist müssen wir dieses schild runter nuken damit wir auch dieses ad schnellst möglich beseitigen denn und das ist eigentlich das allerwichtigste weswegen ich hier das ganze auch mit fokus markiert habe bei mutmaßlich 100 energie wirkt da wirkt der anbieter eine tödliche explosion und diese explosion also wenn das ding hoch geht das wird an der stelle eine white mechanik sein von daher ja wie gesagt full focus auf dieses ad wenn es da ist möglicherweise wird man da auch cooldowns poolen müssen oder bestimmte spieler zumindest ihre cooldowns halten müssen je nachdem wie das ausgestattet ist aber ja auf dieses ad sollte auf jeden fall der erhöhte focus liegen wie gesagt dieses ad wird mutmaßlich alleine kommen weil es einfach diese fähigkeit von diesen anderen ads nicht hat und warum sollte dann gleichzeitig hier ein zweites ad erscheinen macht auch in kombination mit den ganzen fähigkeiten die dieses ad kann aus meiner sicht eigentlich keinen sinn ja last but not least gibt es dann noch die ätzenden huscher das sind dann hier so kleine mini ads die spawn und auch natürlich von dem tank eingesammelt werden müssen diese kleine käfer die machen nachkampf schaden und ich meine paar c ist sogar noch so dass auf dem tank einen debuff hinterlassen wird welcher ja den schaden von diesen ads pro stack erhöht das heißt also auch diese ads müssen dann möglichst schnell spätestens ab c weggenugt schrägstrich weggekleed werden ja dann gehe ich mal davon aus dass nach einem gewissen timer entweder der boss vorzeitig in die kampferiener zurückkommt egal ob noch ads leben oder nicht oder dass die phase beendet wird wenn wir alle jetzt getötet haben das kann man jetzt nicht irgendwo herauslesen das werden wir dann sehen so dass wir dann zu guter letzt eigentlich dann zu der phase kommen wo es aus meiner sicht erst richtig losgeht nämlich zu phase drei und ja das wird glaube ich aus meiner sicht ziemlich heftig werden gucken wir uns mal im einzelnen an was hier passiert ich habe das mal alles versucht in einer grafik hier zusammenzufassen sieht auf den ersten blick vielleicht bis verwirrend aus aber mit der erklärung die jetzt gleich folgt wo wir das alles nach und nach durchgehen sollte das eigentlich einleuchtend sein also gucken wir uns zunächst einmal an das ist ja so die erste mechanik zufällige spieler werden auch hier wieder mit einem schadens debuff belegt werden sie in p1 sozusagen noch ihre natürlichen fähigkeiten hat als spinne sprich gif fähigkeiten gibt es sich natürlich hier sowie sagt am ende der lehre hin und ihre fähigkeiten werden in schatten fähigkeiten umgewandelt und deswegen ist das jetzt hier einen schatten schadens debuff auf zufällige spieler und da ist es dann so dass bei ablauf auch hier wieder in zehn jahren um den spiel herum so eine explosion gewirkt wird diesmal gibt es keinen luftgeschleudert werden sondern ganz normalen knockback also auch diesen debuff nicht zu einem rad abgelegen und dann darunter fliegen wenn man der markierte spieler ist außerdem und das ist dann viel spannender bleibt an dieser stelle eine im schlachtungsbrowser ist es als abyssalleitung beschrieben liegen ja was kann das sein ist das irgendwie zum portal ich gehe mal fest von aus also abyssalleitung hört sich für mich wie so ein portal an oder so ein riss der da zurückbleibt und da ist es jedenfalls so das habe ich hier aufgezeichnet wenn man dann mit diesem riss in kontakt kommen in kontakt kommt wird der regelmäßige schaden denn der boss kontinuierlich wirkt auf die gruppe erhöht also habe ich vielleicht einleutend vergessen zu erzählen mp3 ist so der boss verursacht an allen spielern im raid kontinuierlich alle drei sekunden schaden und wie gesagt jedes mal wenn dieser schaden beziehungsweise wenn hier so ein portal getriggert wird wird dieser ich denke mal es wird ein debuff auf allen spielern sein wie dieser debuff stack pro stack erhöht also das ist erstmal so die die grundmechanik so dass natürlich auch wie in jeder guten p3 der kampf nach hinten heraus immer schwieriger wird erst erstens das bei schaden schaden bei kontakt plus ach genau und dann steht da drin wenn ich in dieses portal reinlaufen werde ich auch teleportiert wo ich mich dann frage wohin komme ich dann an einem anderen portal raus oder 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 was kann ich mir darunter vorstellen oder ist das ist das einfach nur wie gesagt eine beschreibung dadurch dazu dahingehend dass beim durchgehen durch dieses portal eine teleportation erfolgt die halt diese effekte auslöst also ist an der stelle ein bisschen kryptisch beschrieben ich gehe fest davon aus dass so portal ist da läuft man einfach rein und ja wenn das entsprechend durchquert wurde bleibt an der stelle da ja noch mal so eine pfütze liegen also ähnlich so wie in p1 nur halt in leicht abgewandelter form ja hier bist du noch mal beschrieben was ich gerade erklärt habe in kombination mit dieser ersten fähigkeit und wir haben den regelmäßigen rate schaden alle drei sekunden und pro entfernten portal wird dieser um 25 prozent erhöht ansonsten lässt der boss auch in dieser phase erscheinen das sind hier so akku lüten also ganz wieder ganz andere ganz neue als als wir sie eben in p2 hatten und die es haben zunächst ein absorb schild welches wir auch beseitigen müssen erst danach kann man deren cars kicken die freund also diese random balls durch die gegend und jeder erfolgreiche cast erhöht den schaden vom nächsten bolt um je 50 prozent das heißt also hier als focus um schnellstmöglich die ads nach entfernen des absorb schilds klickbar zu machen und hier ist auch wieder etwas was äquivalent zu dieser mechanik ist dann auch hier wenn man diese erst getötet hat bleibt hier so eine essenz von dem et liegen habe ich aufgeschrieben tot gleich essenz und dann auch hier natürlich kontakt mit essenz gleich die bach bedeutet also ja man muss jetzt auch hier nach und nach in diese essen reinlaufen und diese tringern habe ich hier aufgeschrieben also nach dem tod werden die ads zu akku lüten essen 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 vom et bleibt in arena liegen macht erstmal nichts solange man da keinen kontakt mit hat bei kontakt mit der essenz würde man schaden erleiden plus die bach und schaden und lieber den die bach genau das ist dann der clue den lieber fit man nur los wenn man sich in ein portal begibt da steht dann so drin im schlacht browser die reise durch das portal entfernt dieses gebrechen also hier ist aufsammeln zum portal laufen durchlaufen die entsprechende 40 triggern und ja den die bach der sonst dauerhaft wäre dadurch bereinigen es kommt natürlich die frage auf warum ist das wichtig ganz einfach wegen dem ultimate das ultimate ist hier so das ist eine kombination aus fäden und so einem ring also 1 und 2 so das heißt also boss versucht hier wieder regelmäßig alle spieler an sich mit fäden heranzuziehen hier wieder in diese todeszone 20 meter um den boss herum gerät man auch hier wieder in einem bestimmten radius ist man instant tot die zugkraft des heranziehens wird mit jeder wirkung stärker sollte auch klar sein so die zweite fähigkeit im rahmen dieser kombination ist dann wie in p1 wieder so eine nova so eine welle aber diesmal ist die reverse weswegen ich hier auch jetzt den fall in die andere richtung gezeichnet habe jetzt ist nämlich so dass dieser ring das jetzt ein schattenring ist und kein giftring mehr wie in p1 zieht sich jetzt von außen nach innen und zieht dabei alle lebenden ads und nicht beseitigte essenzen mit sich und das heißt also jedes mal wenn dieses ultimate kommt wollen wir punkt a natürlich sämtliche von den ads getötet haben und zweitens aber auch die essenzen die diese ads hinterlassen durch die die war portale vorher beseitigen weil ansonsten wenn hier jetzt der boss die nicht beseitigten ads und essenzen mit zu sich in diese todeszone ziehen würde ja würde das in der mechanik münden dass es einen hohen auf den ganzen welt gibt plus allen spieler werden noch mal zusätzlich um 40 prozent verlangsamt obwohl sie ja sowieso schon mit der zeit verlangsamt werden bei den parallel erfolgten fäden oder parallel laufenden fäden und der schaden erlitten schaden wird beziehungsweise nicht der linden schaden sondern der boss schaden wird um 100 prozent erhöht und das ist alles steckbar das heißt also je wenn wir wenn das ding jetzt hier wenn er wenn er das ding wenn der boss jetzt das ding wenn der boss jetzt hier drei von den ads reinziehen würde oder von den essenzen dann würde der boss 300 prozent der schaden machen also lange rede kurzer sinn das ist am ende des tages der web also wir wollen auf jeden fall die ads und die essenzen beseitigt haben bevor der ring diese mit in den boss hier hinein zieht ganz ganz wichtig an dieser stelle und die kernmechanik hier habe ich auch noch mal aufgeschrieben ziehen muss es also sein sämtliche jetzt getötet zu haben bevor sie hier ultimate wirken bevor sie ultimate wirkt also der boss aber c müssen dann zusätzlich über die abyssar leitungen zusätzlich auch die essenzen der ads vor beseitigt werden wenn man könnte ja oben auf die idee kommen okay wir legen hier so gates ab aber welche funktion haben die überhaupt ja das ist die funktion nämlich diesen debuff hier beziehungsweise diese diese essenz über die geld über die portale an der stelle zu beseitigen das ist der ganze sinn und zweck dahinter deswegen könnte das möglicherweise hier so entsprechend auch dann in der kampfarena von der positionierung aussehen dann gibt es noch einen weiteren schadens debuff auf zufällige spieler diese sollte man auf jeden fall am rand ablegen deswegen ich den red hier so aufgezeichnet habe dass er sich eher so in der mitte befindet und wie gesagt diese debuff sollte man nach außen bringen denn hier ist es wieder so ich habe sie aufgeschrieben bei ablauf gibt jede explosion von diesem debuff schaden am ganzen red wobei der schaden geringer ist desto weiter man wie vom boss sondern von dem explosions punkt entfernt steht ab ac kommt da noch eine weitere mechanik hinzu da ist dann so dass die spieler so verstehe ich es am standort am standort der explosion also alle spieler gefesselt und herangezogen werden bei kontakt mit dieser explosions zone würde man dann in ein kokon eingewickelt werden aber die fesseln die uns hier heranziehen aus der mitte des raumes die kann man auch zerstören stelle ich mir dann so vor wie die mechanik bei sylvanas aus p1 wer sich auch daran zurück erinnert dass man ja auch an so eine kette gerutet worden die einen angezogen hat und so verstehe ich diese mechanik hier ab dem heroischen modus auch muss man mal gucken dass wie gesagt noch so ein punkt den würde ich an der stelle bisschen offen lassen dann sind auch schon bei den tank fähigkeiten in dieser letzten phase bei den tanks ist es so dass sie irgendwie jetzt rein dann kriege ich mich rein bei den tanks ist es auf jeden fall so die haben zwei fähigkeiten auch hier wieder wie in p1 einmal wird der tank jetzt hier mit einer injektion belegt wenn diese injektion abläuft gibt es schaden in dem radios da sollte man auf jeden fall dann auch nicht drinnen stehen als anderer spieler aber es erscheinen hier so kleine ads so kleine käfer und diese bewegen sich straight auf den boss hinzu das heißt also wie auch die ads die ja auf der welle mit surfen laufen jetzt gibt es normale weitere kleine ads die sich auf den boss zu bewegen und wenn sie den boss natürlich erreichen würde der boss natürlich auch wieder dann an der stelle raid away auslösen und der boss schaden wird dann pro käfer um 20 prozent erhöht also nicht ganz so fatal wie wenn so ein großes reingezogen wird aber klar wenn hier jetzt auch mehrere ads dann entsprechend von dem boss hereingezogen oder gefressen werden wie auch immer kann das natürlich auch zu einem unangenehmen stack führen sollte man auf jeden fall wenn diese tank-mechanik kommt auch entsprechend ja cooldowns aufheben denn die ads oder den tank an rand laufen lassen und da sicherlich auch irgendwelche ja slow fallen oder so drunter legen dass man diese ads an dieser stelle dann auch gut beseitigen kann also stelle ich mir das ganze an der stelle dann vor aber c ist dann auch so bei tod bleibt hier so eine pfütze liegen und ja lange rede kurzer sinn die ads müssen halt getötet werden bevor diese dem boss erreichen also da auch wieder wie auf alle jetzt in der letzten phase voller fokus die zweite tank fähigkeit ist dann noch ein angriff auf den tank der hohen schaden und ein lieber hinterlässt welcher diesen schaden bei der nächsten attacke erhöht ist also auch steckbar während dieser attacke und das ist viel wichtiger an der stelle in tank erleidet die ganze gruppe der ganze rate schaden deswegen wird es auch da wahrscheinlich so sein nachdem man diese attacke einmal gefressen hat hat man tank wechsel parallel wird möglicherweise wieder der andere tank mit dem debuff belegt dann heraustragen muss und so weiter und so fort so stelle ich mir das wechselspiel bei den tanks vor die letzte mechanik die es dann noch zu sagen gilt das ist dann der software in der phase der boss muss tot sein bevor sie ihr ultimate das vierte mal eingesetzt hat denn danach wachsen alle abgelegten pfützen in der arena alle abgelegten pfützen von den verschiedenen mechaniken wachsen danach in ins unendliche an so dass die ganze plattform hier eine große pfütze ist und zudem kastet sie endlos neue wellen hier und ja das überlebt man vielleicht paar sekunden aber da ist dann auch relativ schnell schicht im schacht und ja das ist dann letztendlich der der ganze fight nach hinten daraus eine knackige p3 noch mal so ein zwei überlegungen an sich man kann ja in p2 auch schaden auf dem boss machen ich kann mir vorstellen dass man da auch versuchen sollte die range dds vielleicht stellt man da sogar auch menschen des ab die nur schaden in dieser zweiten phase auf dem boss machen um halt den boss schon mit so möglichst wenig hp wie nun möglich hier in diese p3 zu bekommen denn ja ganz klar wenn sie ihr ultimate viermal wirkt ist hier game over und ja je weniger hp sie natürlich hat wenn p3 getriggert wird desto vorteilhafter ist das an der stelle natürlich für uns auf die uhr 35 37 minuten ja denke damit ist es dann auch in dieser stelle erstmal ausreichend ich hoffe dass ich euch diesen endboss anhand dieser grafiken und den informationen die zur verfügung stehen nahe legen konnte und ja also ich wie gesagt legt mich fest ich denke 90 prozent von dem was ich bislang erklärt habe dürfte auch so eintreten und ja den rest schauen wir uns dann mit video material an in knapp zwei wochen wenn der boss dann endlich auch auf den live servern gesehen werden kann insofern zur vorbereitung hoffe ich dass das erstmal für euch ausreichend ist danke euch schon mal fürs einschalten und wie gesagt abonniert den kanal denn ab morgen gibt es jeden tag dann auch einen offiziellen guide zu dem nrc hc bossen und den guide hierfür an zurück schieben wir dann entsprechend nochmal nach gut bis dann macht gut ich sag tschau tschau und bei